Jetzt müssen wir aufpassen wegen den Snipern hier hinten. Da ist schon der Erste. Da ist noch einer, glaube ich. Hey, willst du mich verarschen, Mann? MAAANN! Oh Gott, Mann! Och, Mann, Alter. Warum trifft denn das nicht? Hey, was ist denn das für ein Scheiß hier, Mann? Die Leitung, ey. Ich kann es echt nur auf die Leitung schieben. Mann! Alter, ich packe es nicht. Oh, nein! Oh, nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was? Nein, was hast du getan? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Du Untermensch! Mit deiner Farmers Kommando-Klasse, Alter. Mann, das kann doch nicht sein! Die sind alle echt. Die sind alle einfach so abgrundtief schlecht. Okay, nein, die ganze Zeit, weil sie überall rumlungern. Seht ihr das? Unglaublich. Es reicht gleich. Gleich fange ich so an zu schimmeln. Es ist mir echt scheißegal, Mann. Man sieht ja, wenn man hier reinläuft, man stirbt die ganze Zeit! Guck mal, wie die Geier an! Der dreckige Urzahn! Guck dir das an. Lägerlich! Äh, jetzt reicht es! Es reicht! Oh, Mann! Mann! Nee! 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 Nein! Nein! Mann! Nee! Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Die ganzen Loops messen nur rum! Guckt euch das an! Was willst du dagegen machen? Scheiße, ich werde dich verklagt, Alter. Weil ihr Augenkriegskrebs, wenn ihr so eine Kacke sehen müsst. Ja, Lutrix, Sie müssen sich dafür verantworten. Sie sind dafür verantwortlich, dass Unmengen von Abonnenten Augenkrebs bekommen haben. Dass das an der Spielweise der Gegner liegt, das ist nicht ihr Problem, aber auch nicht unseres. Hä? Äh, äh, äh! Guck mal, hier schießt keiner, es bewegt sich keiner! Nee, ey! So, jetzt reicht es mir echt gleich. Es reicht! Nein, Gott, oh Gott! Kommt der Scheiß-Level-9er! Äh! Es ist unglaublich, ne? Ich kann mir mein Scheiß-Aim in den Arsch stecken! Hier wirst du eh nur gemessert, von hinten weggezogen, weggecampt, weggenubtupt, weggesniped! Mann, du hast nicht das Elm, mich zu töten, du Krüppel! Sieh's ein! Er steht da oben auf dem Auto und ich hab' ihn nicht gesehen! Guckt euch das wieder an! Du dreckiges... Oh, Gott! Guck mal, Jungs, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich kill' drei Leute! Drei Stück! Und es sind noch zwei neben mir! Die stehen auf mich, anders kann ich mir das echt nicht mehr erklären, ey! Oh, du Geier! Lass doch einmal meine Streaks oben! Meine Fresse, ey! Habt ihr die Punkte so nötig, oder was? Ah! Ja, gelass! Macht er mich mit der Pistole, Mann! Stirb doch mal, du Backpflaume, ey! Hey, unglaublich! Was ist das denn für ein Spiel geworden? Hey, ohne Spaß! Du kannst nirgends mal eine Sekunde in Ruhe rumlaufen, weil es ist überall irgendwie ein Gegner oder so. Und die suchen dich! Die laufen über die ganze Map, um dich zu töten. Guckt euch das jetzt wieder an! Meine Fresse! Ohne Spaß! Ja, kommt von hinten! Live bei dir, du dreckiger Hurenzahn! Mann! Jetzt werde ich wieder gestahnt! Mann! Ey, nein! Das hat er! Ey, krass! Was der Tipp für Sachen macht! Der ist so abnormal! Mann, ey! Was ist denn das hier, ey? Ich verstehe nicht, was hier los ist, Mann! Mann! So eine Scheiß-Lobby, ey! Nein, bitte! Bitte nicht! Nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Schon wieder High-Rise! Guckt euch das an! Die Runde ist schon wieder gelaufen! Ich schlage gleich den Monitor vom Tisch! Es reicht jetzt wirklich! Ich gehe!